Willkommen zum Bluestar for iPad Client. In diesem Video sehen Sie den Download der kostenlosen App Bluestar for iPad aus dem App Store. Wir starten die App und über die Startseite erstellen wir ein Benutzerkonto inklusive der Einstellungen für den App Store. Wir konfigurieren die Parameter für die Suche im LDAP-Verzeichnis. Wir erstellen für einen Kontakt und einen Eintrag im Verzeichnis einen Favoriten. Wir nutzen die intelligente Suchfunktion, um Personen im Verzeichnis zu finden. Und wir schauen uns kurz das Wählen, die Anrufliste, Wahlwiederholung und Voicemail an. Der Client Bluestar for iPad bietet Sprach- und Videoanrufe ab dem iPad 2. Dazu nutzt er eine mobile Datenverbindung. Bluestar for iPad ist kostenlos im Apple App Store erhältlich. Tippen Sie auf Ihrem iPad auf den App Store Button. Wenn Sie aufgefordert werden, müssen Sie Ihre Apple ID und das Passwort eingeben. Haben Sie keine, müssen Sie sie vorher anlegen. Wählen Sie Suchen aus. Tippen Sie im Suchfeld oben auf die rechte Ecke und die Tastatur erscheint. Geben Sie Astra ein und tippen danach auf den Suchen-Button. Im Resultat der Suche sollten Sie Bluestar for iPad sehen. Tippen Sie auf den Button Gratis. Und dann auf App installieren. Das Laden der App sollte nun beginnen. Sie sehen den Fortschrittsbalken. Nach der Installation tippen Sie zum Starten auf die App. Unten sehen Sie die Optionen. Spiegel, Suchen, Wählen, Anrufliste, Wahlwiederholung, Voicemail und Startseite. Wir beginnen mit der Startseite. Die Startseite hat zwei Hauptfunktionen. Anlegen und Wählen von Favoriten. Anlegen und Konfigurieren der Benutzerkonten und Bluestar-Einstellungen. Über die Plus-Taste oben links fügen Sie einen Favoriten hinzu oder löschen ihn. Favoriten finden Sie auf der Startseite. Dazu gleich mehr. Die andere Funktion ist das Konfigurieren der Benutzerkonten und Bluestar-Einstellungen. Es erfolgt über das Menü Optionen. Ich tippe auf den Button Optionen oben rechts. Der erste Punkt unter Optionen ist Login aktiviert. Diese muss aktiviert sein. Mit diesem Schalter können Sie sich ausloggen. Der nächste ist Benutzerkonto. Hier legen Sie ein Benutzerkonto an, ändern oder löschen es. Zum Anlegen eines Kontos tippen Sie auf Benutzerkonto hinzufügen. In das Feld Name geben Sie den Bluestar-Benutzernamen ein. Tippen Sie auf Weiter auf der Tastatur, um zum nächsten Feld zu gelangen, oder tippen Sie direkt auf das gewünschte Feld. Geben Sie das Passwort ein. Es ist das gleiche, das Sie zum Login am Bluestar 8000i verwenden. Wenn Sie zur gleichen Zeit mit Ihrem Benutzernamen am Bluestar 8000i und am Bluestar vor iPad angemeldet sind, wird ein Anruf an beiden Geräten parallel signalisiert. Sie können an bis zu fünf Terminals oder Clients parallel angemeldet sein. Für die nächsten zwei Felder, Serveradresse und Outbound Proxy, erhalten Sie die Informationen von Ihrem Bluestar-Administrator. Diese Felder akzeptieren einen qualifizierten Domainnamen, eine URL oder IP-Adresse. Tippen Sie auf Weiter zum nächsten Feld. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Fertig auf der Tastatur. Tippen Sie auf den Button Benutzerkonto oben links, um den Eintrag zu speichern. Wenn Sie auf Benutzerkonto unter Optionen tippen, gehen Ihre Eingaben verloren. Ich tippe auf Benutzerkonto oben links, um den Eintrag zu speichern. Die App meldet sich nun automatisch mit dem gerade erstellten Benutzer an. Ein grüner Haken oben rechts zeigt an, dass dies erfolgreich war. Zum Ausloggen tippen Sie auf den Benutzernamen. Beachten Sie den Status in der rechten oberen Ecke. Nutzen das iPad mehrere Personen, können Sie weitere Benutzerkonten wie gezeigt anlegen. Um sich als ein anderer Benutzer anzumelden, tippen Sie auf den Namen und beachten den Status rechts oben. Sie können die Einstellungen der Benutzerkonten anschauen oder ändern, indem Sie auf den Pfeil rechts neben dem Benutzernamen tippen. Da der Pfeil klein ist, achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich den Zustand des Benutzers ändern. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Benutzerkonto oben links. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie ein Benutzerkonto löschen. Ich werde R. Ramsey löschen. Zum Löschen muss der Benutzer abgemeldet sein. Tippen Sie auf Bearbeiten. Tippen Sie auf den roten Kreis links neben dem Benutzernamen, den Sie löschen wollen. Dann tippen Sie auf Löschen. Danach auf Fertig. Ich tippe auf M. Murphy und melde ihn an. Dies waren die Benutzerkonten. Die Option Video gibt es in den aktuellen Versionen nicht mehr. Diese Einstellung erfolgt jetzt automatisch. Die nächste Option ist Suchen. Hier geben Sie die Daten ein, die Ihnen die Verbindung zum Firmenverzeichnis und den Download ermöglichen. Die Informationen erhalten Sie von Ihrem Bluestar-Administrator. Zum Start tippen Sie auf Verzeichnisquelle. In diesem Video konfiguriere ich das LDAP-Verzeichnis. Geben Sie die Adresse des LDAP-Servers ein. LDAP-Benutzername und Passwort. Geben Sie die Suchbasis ein. In meinem Fall gebe ich die Domain ein. Dies ist DC gleich Astra Leerzeichen DC gleich COM. Ich gebe DC ein. Um das Gleichheitszeichen zu bekommen, tippen Sie auf die Zifferntaste und danach auf die Sonderzeichen. Dort finden Sie das Gleichheitszeichen. Durch Drücken der Buchstabentaste kommen Sie zu den Buchstaben zurück und können die Eingabe fertigstellen. Unter LDAP-Typ wählen Sie Active Directory aus. Tippen Sie auf LDAP-Jetzt speichern. Sie erhalten eine Nachricht, dass das Cachen beginnt und einige Zeit dauert, in der Sie den Client aber weiter nutzen können. Tippen Sie auf den Button Suchen. Das nächste Feld ist Kontaktquellen. Der Standard ist Alle synchronisieren. Tippen Sie auf den Button Suchen. Das nächste Feld ist Videofilter. Nachdem das LDAP-Verzeichnis gespeichert ist, zeige ich, wie Sie im LDAP-Verzeichnis suchen. Oben im Kontaktfenster sehen Sie das Icon einer Videokamera. Hier kann ich nach Einträgen suchen, die Video nutzen, also Bluestar-Nutzer sind. Die Filterung erfolgt durch die Suche in einem speziellen Feld. Unter Videofilter legen Sie dieses Feld fest. Standard ist zweite Geschäftsnummer. Ändern Sie dieses Feld nicht ohne eine Information von Ihrem Bluestar-Administrator. Die nächste Option ist Support. Hier können Sie alle Anrufstatistiken abfragen, Probleme melden und die Hilfe öffnen. Die Info-Option zeigt die Version der App. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Schließen. Von der Startseite unter Optionen können Sie Benutzerkonten anlegen und ändern, diese an- und abmelden und das LDAP-Verzeichnis einstellen. Wenn Sie auf die Plus-Taste tippen, können Sie Favoriten hinzufügen und löschen. Um einen Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie die Position aus und tippen Sie das grüne Plus. Dies öffnet Ihre Kontakt- und Verzeichnisliste. Wie bereits vorher demonstriert, tippen Sie auf Kontakte, wenn Sie jemanden aus Ihrer Kontaktliste auswählen wollen. Nun erstellen wir einen Favoriten aus dem Verzeichnis. Es sind die gleichen Schritte. Auswahl des Ortes durch Tippen auf das grüne Plus, aber jetzt wählen wir das Verzeichnis aus. Mit dem Finger scrollen Sie durch die Liste, bis Sie den gesuchten Namen gefunden haben. Ist Ihr Verzeichnis sehr groß, geht es schneller mit der Suchfunktion. Tippen Sie auf das Suchfenster und geben Sie den gesuchten Namen ein. In diesem Fall suche ich Jim Köstler. Ich gebe Jim ein und tippe auf Suchen. Da ist er. Ich tippe auf seinen Namen und er ist ein Favorit. Wiederholen Sie dies, um weitere Favoriten anzulegen. Um einen Favoriten zu löschen, tippen Sie auf den roten Kreis und dann auf Löschen. Tippen Sie auf Fertig, wenn Sie alle Favoriten angelegt haben. Und da sind die Favoriten. Dies sind die Funktionen der Startseite. Nun schauen wir uns die Optionen unten auf der Seite an. Der Spiegel zeigt das Bild in voller Größe an, das Ihre iPad-Kamera an den Gesprächspartner übermittelt. Suchen hilft jemanden in der Kontaktliste oder dem Verzeichnis zu finden. Es ist mit zwei Unterschieden wie die Funktion, die wir beim Anlegen eines Favoriten genutzt haben. Erstens, wenn Sie diese Funktion nutzen, wählen Sie den gefundenen Kontakt sofort an und speichern ihn nicht. Zweitens, das Verzeichnisfenster hat zwei zusätzliche Funktionen. Das Icon der Videokamera. Wenn Sie es aktivieren, filtert es nur Bluestar-Einträge. Mit dem Finger scrollen Sie durch die Liste. Ist Ihr Verzeichnis sehr groß, nutzen Sie die alphabetische Suchleiste und blättern Sie zu den ersten Buchstaben des Nachnamen. Ich suche Jim Köstler. Wenn ich ihn gefunden habe, tippe ich auf den Namen und danach auf den Eintrag, um ihn anzurufen. Die nächste Option ist wählen. Sie können eine Telefonnummer eingeben oder in der Zeile über der Wähltastatur eine SIP-URL eingeben. Anrufliste zeigt eine Liste der angekommenen und gewählten Nummern an. Mit dem Tippen auf den Papierkorb löschen Sie die Anrufliste. Mit Wahlwiederholung wählen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer erneut. Voicemail stellt die Verbindung zum Voicemail-System her. Damit haben Sie einen Überblick über die Funktionen des Bluestar vor iPad. Das war's für die Funktionen des Bluestars.